Pep Guardiola, man darf vielleicht eine defensive Benfica-Mannschaft erwarten, die eine starke Defensive haben, eine engmaschige Defensive aufbauen können. Ist da vielleicht so ein Spielertyp wie Mario Götze genau der Richtige, um die zu knacken? Wie viele Spiele hast du gesehen von Benfica? Nicht so viele wie von Bayern. Keine, oder? Keine. So, sie sind nicht defensiver. Benfica ist nicht defensiver. Ich spiele 20 Meter nach vorne, nicht in der Strafraum, nach vorne, 20 Meter. You will see tomorrow, ist nicht defensiver. Also kein Gegner, gegen den man vielleicht mit Götze antreten würde? Warum nicht? Ja, kann ich spielen, ja klar. Kann ich spielen, Mario. Aber Benfica ist nicht defensiver, überliebe mir.